Ach, wir sind ja full. Machen wir jetzt los, oder was? Machen wir jetzt Ranked. Seid ihr wirklich ready, kids? Hat Dima seine Pizza? Ja, komm, los. Hab ich schon fertig gegessen. Bist du ready? Lass mal einen Unranked zocken, oder? Ich meine, das ist Unranked. Nein, das ist gut. Los jetzt. Ah, seid ihr Ready, kids. Auf geht's, auf geht's. Erstmal 07er KD holen. So, meine Freunde, ab geht's ins Ranked. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich bin nicht froh. Dima, du sollst einfach gleich schießen. Ach so geht das Spiel. Ja, das war's. Bist du heute so lustig, ey, als hättest du morgen Geburtstag. Boah. Bist du, 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 Bist du. Hey, hab ich den Hedge, äh, verhetschen, oder? Hab ich doch. Ne, halt mit den Lasern verhetschen. Ach so, ja, stimmt. Am besten den, den, äh, Kitchen Hedge. Ja, wenn die dagegen schießt, geht das denn kaputt? Hab ich doch. Nein, das geht nicht kaputt, das ist unzerstörbar. Da ist aber einer Marvin, da ist ein Twitch irgendwo. Oh, Leute, ich mach bitte Hilfe. Bitte, 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 bitte. Bei Küche. Alter, sie ist direkt vor. Der kommt rein, Joost, kann dir nicht helfen. Oh, Junge, was ist das denn für eine Silber, ein Rank-Match? Oh Gott. Hast du doch gerade einen mit dem C4 gekillt, oder nicht? Ah, meins, was ist das denn? Ey, er ist, er ist hier, onside. Boah. Er hat, er hat A gemacht. Ich hab gar keine Sensi gehabt und wusste, also, egal, war gestes einfach. Ich hab so geguckt, ich so, oh, und dann so bum, bum, bum. Das war gut, ne? Ja, Kubits Reaction, bitte. Der ist so behindert, man. Uuuuh. Deswegen, das ist arg. Ich hab's noch nie Ahnung, beim Lösen. So, ja. Wie viel, ey. Dann wissen wir, ich hab's nur noch Hoffnung, bitte. Also, ihr wisst, was ich meine. Wie sieht's nicht, ich will. Ich? Das ist so viel Leer vor dem Job. Junge, anstatt, dass ihr euch mal freut, dass ich wieder back bin. Alter, wo kommt das denn der? Yannis, der kommt rein. Alter, da war gar nichts von mir. What? Hat der durch den Bullet hole geschossen? Was war das? Er macht die Wall auf, Yannis. Die Wall. Den drei hast du. Einer ist, schwanz. Schwanz und ein. Einer ist oben. Also, sie sind nur eine Minute, ne? Ich muss noch einfach chillen. Oh mein Gott, Yannis. Der ist down, der ist down, der ist down. Das ist Sophia. Okay. Fester, pick sie einfach nicht. Muss picken, natürlich. Das ist heftig mit der Pistole. Ist die irgendwo? Hier unten. Das ist die, renn raus. Renn raus, du siehst sie. Nice, nigga. Das war kein Headshot. Naja. Meine Sense ist so falsch. Ich hab, ja, ich hab verhemd. Ja, das Gang gibt ja trotzdem Headshot. Oh, Sophia, schau dir das auch. Vor der Dorn, Jungs. Echte Dorn. Ich glaub, wer guckt durchs Fenster? Ey, die sind gar nicht so scheiße. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. die wall ist auf. Justin? Justin, inside, inside, inside. Was ist inside? Bei mir. Was? Wir haben nicht. Wir haben so eine feinerte Rotation hier. Was ist das? Ich weiß nicht, warum er die Rotation hier gemacht hat. Die ist voll komisch. Oh mein Gott. Vorm Fenster, Jim, bei Yellow. Ach Digga, die spielen wie die letzten netten, kleinen. Wow. Scheiße, ich will gar nicht gehen. Oh, Schweins mit Eier. Junge, was ist da für ein Drextiming? Hä? Okay, der ist durch dran. Wegen der Rotation. Da ist einer, da ist einer im Tunnel. Ja, ich gehe da nicht hin. Ich gehe da erstmal noch nicht lang, das ist zu fishy jetzt. Ich kann irgendeine Küche Drohnen. Hier ist eine Drohne, Klaus. Küche sieht clean aus. Weiß ich, ob es zu viel ist, ne? Alter, ein Bullet Toll in Blue. Den Hedge kriegen wir nicht auf. Justin, Justin, ich muss mir Bar Hedge aufmachen. Oh, Junge, okay. Der ist oben. Was war das, Digga? Der rennt weg von mir. Das ist Bullet Toll gewesen, Janis. Ich habe es nicht gesehen. Ich habe gar nichts gesehen. Aber er guckt da immer noch durch. Nein, das ist halt ein Lesion, ne? Er hätte da aber auch tausend Löcher, kann das sein? Nein, das war wirklich nur ein Bullet Toll. Er hält das die ganze Zeit schon, da hat der jetzt auch durchgeholt. Very nice. So, so bleib ich jetzt die ganze Zeit liegen. Wir chillen jetzt hier die ganze Zeit. Finde ich gut. Da ist doch einer bei dem, ja, würde ich gerade sagen. Was macht der? Da ist er behindert? Ist er irgendwie geblieben oder so? Oh mein Gott. Oh, die Ash ist so schnell durchgerusht. Die ist hinter diesem Ding. Hedge. Das ist aber noch einer. Im Blue. Ich bin hier. Da ist keiner. Ich habe den. Wo ist das bei mir? Einer habe ich bei Kitchen Drohnen gehört. Das glaube ich, okay. Ja, okay. Mappen hol halt alle weg. Chill, 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 chill. Er hat den Flanks seines Lebens gemacht gerade. Flanks seines Bubides. Achso, achso. Zero. Ja, es ist immer ich gefühlsam, dass man durch Löcher gehen kann und zurückgebackt wird. Endlich kann ich markieren. Mamanasikerem. 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 Äh, Sophia ist wieder da auf dem Dach, Janis. Bei dir. Ja. Ich habe den mit, glaube ich. Der Leech? Der Leech. Die machen irgendwas auf. Mamanasikerem. Mamanasikerem. Oh, die machen auf die Wall. Hier, Jacuzzi. Die Sophia ist da und wird tot. Ich hasse mein Leben. Ich möchte mich reinkotzen. What is that? Man, du... Einer hat Construction gedroppt, glaube ich. Hitscht das? Nein, er hat mich gehalten, der B****. Warum hält der das? Wacht. Wacht, wacht, wacht. Nice. Loll. Was? Ich war bei der Bar unten. Marvin, hier ist doch einer. Chill, chill, chill. Dinger, der hat mich übelst geprefeiert. Nice. War da noch einer? Was? Da ist ein B drin. Ja, genau. Warte. Der ist rausgegangen. Warte. Okay. Okay. Wärst du jetzt gebannt vor? Digga. Was soll das, Junge? Das ist Rang. Das ist Rang. Das verlieren wir noch. Ja, Junge, meine KD. Ach so, Junge. Digga, warum sind alle durch Kapka gestorben? Ist so, ne? Macht das 100 Damage, oder was? Ich glaube, sie sind einfach nur dumm. Dummkopf in den Birnen drin, du Dummkopf. Da kommt die Stunde. Nach all dem Warten ist Neon Dawn endlich raus. Und wir haben natürlich einen neuen Battle Pass direkt dazu bekommen. Ich hab noch nicht reingeschaut, was da drin ist. Ich wollte jetzt mit euch einmal zusammen reinschauen und mal reacten, was es hier für schöne Sachen gibt. Okay. Und in den Video. Willkommen, Kapteins. Wir haben endlich deine Team-Assignungen. Oha, Junge, wie lang geht der Film? Ich brauche noch ein paar Sekunden. Ich sehe dich auf dem Feld. Das war richtig cool. Ich werde einfach mal schauen, was ich persönlich jetzt mega nice finde. Okay, zum Beispiel der Shotgun-Skin hier sieht übelst sick aus. Den finde ich nice. Attachment-Skin. Da ist nicht das ganze Attachment halt mit einem Skin, sondern immer so Teile davon. Okay. Mein Thermite ist so geil. Das ist das beste Thermite. Kannst du mir erzählen, was du willst. Oha, Thermite mit einer neuen Frisur. Das sieht cool aus für Ying. Das sieht irgendwie cool aus. Ich freue mich halt mega auf die Alpha Packs. Ich werde die alle sammeln und dann auf jeden Fall aufreißen. Mein Goyo. Headgear für Ironie. Das sieht jetzt nicht so geil aus. Oha, Goyo. What the fuck? Das sieht cool aus. Aber ich habe den Muppet Headgear. Den kann ich nicht austauschen. Sorry. Also der ist, ne? Ach, alle haben das mit dieser Maske. Okay. Wer ist das? Ach, das ist Twitch? Alter. Du siehst ja gar nichts mehr vom Face. Oh lol. Line? Okay, das sieht cool aus. Das muss ich zugeben. Das ist ja ein cooler Anhänger. Das ist richtig nice. Blackbeard. Was ist daran jetzt anders? Die Helmfarbe ist einfach nur... Ah, toll. Aber die Skins sind geil, oder? Die sehen echt cool aus. Oha, was ist das denn? Was ist das für eine Waffe? Das ist der Revolver. Warum sieht das so anders aus? Ist das nur der Skin? Oder ist das jetzt allgemein, dass die Waffe anders gemacht wurde? Ne, guck mal. Holy shit. Thunder Barrel. Ne, das war der... Die Waffe, die sah anders aus mit dem Skin. Das ist ja cool. Das ist nice. Dass das jetzt nicht nur optische Skins sind, sondern dass... Das Modell sich dann auch ein bisschen verändert mit den Skins. Ah ja, das waren auch die letzten hier. Mh... Auch Attachment-Skin mit, äh... Der halt mehrfarbig ist. Und die letzten beiden, Ash. Okay, die letzten beiden sind von Ash. Und... Ja. An sich ganz nice. Also 100 Level zu grinden wird bestimmt richtig, richtig lange dauern. Äh... Ich werde mir auf jeden Fall Premium holen. Und ja. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und wir sehen uns im nächsten Auftrag. Hej då! Bis zum nächsten Mal.